Hallo zusammen, heute haben wir ein super schnelles und einfaches Gericht für euch. Eier in Tomatensoße oder auch Shaksuka. Und wenn ihr Lust auf mehr leckere, einfache und schnelle Rezepte habt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Vielen Dank und los geht's! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!